Willkommen zurück zu Modern Warfare 3. Heute auf der Map Seatown. Warf ja die gleiche wie beim letzten Mal. MK46. Und wir probieren hier unser... naja, Glück nicht. Wir testen unser Können weiter aus. Was ganz gut wäre, wenn wir ein bisschen... Ja, ein bisschen vorsichtiger spielen würden. Mein Problem ist, ich kann das nicht. Vorsichtig spielen. Haut bei mir nicht hin. Was? Okay, Armageddon scheint. Weiß ich nicht. Steht in der 2-0. Komischer Spieler. Ich würde nichts unterstellen, aber es sieht aus wie ein komischer Spieler. Okay, der hat mich früh genug gesehen. Jetzt glaube ich ihm. Ja, Wahnsinn. Hier, da heißt ich ja gar nichts. 0-3. Vielleicht doch mal die Waffe auch ändern. Einen erwischt, der andere sitzt mit der MP7 irgendwo in der Ecke. Und scheißt sich in die Hose. Na, wo war der denn? Armageddon. 7-0. Es ist ein komischer Spieler. Das war auch blöd. Das ist, was ich gemeint habe. Ich muss unbedingt vorsichtiger spielen. Na, komm raus. Ah, dieses Haken, dieses Kreuzzeichen da. Auf wen schießt du denn? Der gehört zu dir. Ja. Das war zwar nicht ich, aber fand ich es trotzdem lustig. Ja, wenigstens mit der Granate über den Haufen gejagt. Alter, 3-7. Da andere 1-10. Wir sind schon scheiße. Ach, Mist, da gibt es das nicht. Ich dachte, da wäre ein Fenster und habe einfach mal drauf geschossen. War eine blöde Idee. Haken, oder was? Ist das ein Typ? Weiß ich nicht. Gefällt mir nicht. Feindlicher Luftschlag unterwegs. Feindlicher Luftschlag. Also die Runde geht mal ganz definitiv an die andere Runde. Ja, die anderen Gegner. Ja, Wahnsinn. So scheiße war ich in der letzten Runde eben nicht. Wir haben mal die MP5. Schauen wir mal, ob wir mit der besser arbeiten können. Ja, der eine ist tot, der andere nicht. Der andere hat mir einen Blind-Arsch gesteckt. Ich habe ihn gehört, vorhin schon auf besser gedrückt und bin selbst mega erschrocken gerade. Aber ich sollte weiter mit der MP7 zocken, äh, mit der MP5. Ich habe gewusst, da müsste irgendwo einer sein. Man hat ihn auch gehört. Aber. Verkackt ist verkackt, ne? Das war auch schlecht. Und ein Kill noch und wir sind im Arsch. Ich hoffe, der bin nicht ich. Okay. Okay, also ich war es wirklich nicht. 13, 14 vor mir steht der nächste Gegner. Ich hätte ihn wahrscheinlich nicht mal getroffen. Ja. Was soll man da noch sagen? Schlecht war schlecht, ne? Gut, ich hoffe, ihr seid trotzdem beim nächsten Mal wieder dabei. Gut, ich hoffe, ihr seid. Gut, ich hoffe, ihr seid. Gut, ich hoffe, ihr seid. Gut, ihr seid. Gut, ihr seid. Gut, ihr seid.